Von 0 auf 400 fährt das Auto in 22,87 Sekunden. Alter! Das ist schon sehr hart. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist nicht 16 Uhr, es ist 19 Uhr. Heute haben wir was ganz Spezielles. Ton habe ich dabei. Wir gehen rein zu Sören. Wir haben heute was Gewaltiges. Wir haben heute ca. 1500 PS, über 3 Millionen Euro. Es ist ein Hypercar, was es noch nie auf meiner Seite gab. Und damit beschäftigen wir uns heute. Limitiert auf 80 Stück. Ach, Koran geht da lang. War klar. War klar. Also, limitiert auf 80 Stück. Ich kann es schon sehen, ihr könnt es noch nicht sehen. Aber erstmal holen wir Sören ab und erstmal verkabeln wir Sören. So, ihr könnt draußen warten. Das ist Sören vom Pramo. Hi. Servus. Hi. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Also, heute, meine Lieben, es geht alleine ca. 714 PS nur an Elektromotoren. Und ich weiß, dass der ein oder andere jetzt sofort sagt, oh nee, Elektro, ich schalte weg. Aber, Koran, dreh nicht mal um, was das ist. Es ist ein Königsecke Regierer. god. Bis zum nächsten Mal. Und wer jetzt wegschaltet, ist selber schuld. Ist echt selber schuld. Auch wenn es Elektro ist. Ist egal. Wir haben hier ca. 1500 PS. Wir haben hier ein Königseck mit extrem viel Features, die wir nennen können. Aber es ist und bleibt die Kernfrage heute. Was ist das für ein Königseck? Wo sehen wir das Auto? Das ist also ca. 1500 PS, ca. 800 PS Automotor, Verbrenner. Ist kein reiner Elektro. Genau. Und dann über 700 PS Elektromotor. Aber über 700 PS Elektromotor fährt aber nur sage und schreibe nur 50 Kilometer Elektro. Richtig. Wie so oft. Ja, genau. Also 714 PS, das ist fast genauso viel wie ein Ferrari 488 Pista, der hat 720 PS. Richtig. Krass, oder? Das hat er nur an Elektromotoren. Mit drei Elektromotoren. Mit drei Elektromotoren. Wie heißt die Farbe? Kennst du? Horizon Blue. Horizon Blue. Ja. Okay. Das Auto kostet, so wie er hier steht, ca. 3,2 Euro, oder? Ja, 3,1 Euro brutto. 3,1 Millionen Euro. 80 Mal nur produziert. Richtig. Und eine Vollcarbon-Karosse natürlich. Richtig. Komplett. Und das Auto hat ein Gimmick. Das erzählen wir euch ganz, ganz zum Schluss. Ich sage nur eins. Ghost. Richtig. Oder? Und hier sehen wir es dir auch. Ghost. Das ist schon krass. Und der Christian Königseck in dem Sinne. Der hat ja einfach mal gesagt, komm, ich baue mal ein paar Autos. Und hat aber hier einen eigenständigen Motor entwickelt. Schmeiß mal die Kiste einmal an. Wir hören uns erst mal an, das Ganze. Und dann würde ich sagen, bevor wir so viel über technische Daten sprechen und so weiter. Guck mal, selbst das ist elektrisch. Alles elektrisch. Guck dir das mal an. Zack. Alter. Und da gibt es ja bei Königseck immer wieder einen Hinweis. Exakt. Ist immer ein Aufkleber. Genau. Wenn hier ein Bürgersteig ist, muss man natürlich aufpassen. Weil hier reden wir natürlich über einen Schaden von, wenn die Tür kaputt ist. Ich würde mal sagen, locker 25.000 Euro. Schätze ich ja. Locker 25.000 Euro. So, dann sollen wir das mal testen? Nein, bitte nicht. Es wäre zu schade. Ja gut, dann setz dich rein. Schmeiß mal die Kiste an. Ich bin mal echt gespannt. Selbst meine Auspuffanlage Edelschlag. Alter. Und habt ihr solche Akkabovic-Auspuffanlage gesehen? Guck mal. Guck dir das mal an. Das ist so schmal. Das ist eine Akkabovic-Auspuffanlage. Alter. Das gibt es gar nicht. Ich habe das Gefühl, als ob ich jetzt am Motorboot bin. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Wahnsinn. Komm, mach wieder aus. Mach wieder aus, ja. Es hört sich echt so an, als wenn du irgendwo am Yachthafen bist und da schmeißt einer sein Boot an. Sein Riever. Ja, genau. So, und hier guckt euch mal diese Auspuffanlage an. Wir kennen ja immer Auspuffanlagen so wie hier oval oder rund oder sonstiges. Und hier hat Akkabovic extra eine Auspuffanlage produziert, was schmal runtergeht. Und das erwirkt natürlich auch nochmal einen Spezial-Sound. Das blubbert dann natürlich noch mehr. Das ist einfach so. Und wenn man hier durchguckt, kannst du einmal hier durchgucken, Woran? Hier. Kriegst du das hin? Hier überall. Da kann man immer sehen, wie viel Technik sich hier hinter verbirgt. Das ist unglaublich, wie Königseck das immer wieder hinbekommt. So viel Technik. Ja. So viel Präzision. Absolut. Aber immer ein Stückzahl, wo jeder sagt, ey, wie kann man da überhaupt Geld verdienen? Bei 80 Stück weltweit. Hallo? Absolut. Aber es bleibt immer profitabel und die Leute kämpfen darum. Alleine die Carbon-Felgen, wenn ich mir die anschaue. Hier, verzeiht dir, also hier kann passieren, was will. Nur ein ganz kleiner Ratscher. Es gibt hier kein Smart Repair oder sonstiges. Da musst du bei Königseck eine neue Felge bestellen. Und die liegt ungefähr bei 15.000 bis 25.000 Euro nur eine Felge. Ja, hätte ich gesagt. Easy, easy, ganz locker. Die Keramikbremsen und so weiter. Und der Name Regierer hat eine Bedeutung. Weißt du das? Um ehrlich zu sein, nein. Regierer, hallo? Regierer bedeutet auf Schwedisch. Sag mal Schwedisch. Auf Schwedisch? Auf Schwedisch, ja. Auf Schwedisch, ne? Guck mal, wir haben Sonntag 19 Uhr und Sören hilft mir. Schwedisch, oder? Richtig. Das heißt regieren. Wirklich? Ja, genau. Das ist der Königseck, der regiert. Okay. Okay, das ist schon krass. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber die Farbe, Farbe ist ja immer Geschmackssache. Ja, aber die matcht ganz gut zu deinem Bentley. Ja, absolut. Ja, stimmt. Stimmt. Aber die Farbe ist ja auch, es ist stimmig. Es ist von außen innen stimmig. Und diese Frontscheibe, wenn du diese Wölbung hier alleine siehst, die ist schon krass, auch natürlich nur für den Königseck entwickelt und dann mit ganz dünn beheizt, damit du nie Sichtprobleme hast. Und eine Überraschung habe ich für euch. Das kennt man nämlich von einem Mercedes 124er. Hat aber mehrere Millionen Euro an Forschung gekostet, bis das hier umgesetzt wurde. Weißt du was? Weißt du was? Ne. Weißt du nicht? Ne. Wisst ihr das? Erzähl ich euch gleich. Also zwei Sachen haben wir für euch noch. Ganz zum Schluss Ghost. Und eine Sache erzähle ich euch. Das ist von dem Mercedes 124er bei einem 3-Millionen-Euro-Auto übernommen worden. Der 124er ist in einem perfekten Zustand jetzt vielleicht bei 6.000 Euro. Oder vielleicht, ihr werdet jetzt schimpfen, lass es 10.000 Euro sein. Da kriegst du einen mega 124er. Mercedes-Benz 124er. E-Klasse aus den 90ern. 80er, 90er. Wurde hier übernommen. Dann haben wir hier unser Glasdach sozusagen. Was abnehmbar ist? Ja. Nehmen wir das gleich ab beim Fahren? Können wir machen. Fahren wir gleich eine Runde? Wir fahren gleich eine Runde. Natürlich. Ich schwörs euch. Der Tag, das Wetter passt. Goran, schön im Sommeroutfit. Wollt ihr einmal Goran sehen? Komm mal her. Goran, das musst du auch reinschneiden, Alter. Goran, das musst du reinschneiden. Das geht nicht. So, Goran. So schön kurze Hose, T-Shirt. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Goran, das schneidest du bitte rein. Ganz wichtig. Nein, nein, nein. Das schneidest du nicht raus, Alter. Bist du verheiratet? Ja. Sehr schön. Das freut mich sehr für dich. Das freut mich sehr für dich. Nach kürzer Zeit. Ach, herzlichen Glückwunsch. Echt jetzt? Dann geht ein Espresso noch auf dich, Mann. Ja, okay. Kriegen wir hin. So. Stell dir mal vor, du willst mit deiner Frau schönen Abend essen. Deine Frau hat sich schick gemacht und hat High Heels an. Und muss hier rüber. Das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge. Alles voll Carbon. Aber guckt euch das mal an. Aber was ich jetzt sehe, der Vorbesitzer hat auf jeden Fall Geschmack und Ahnung gehabt und hat das alles schön foliert. Das heißt, das geht nicht kaputt. Darf ich mich reinsetzen? Ja, klar. So, und jetzt setze ich mich mal rein. Guck mal. Alleine. So. Das ist fast einen Meter. Oder? Fast einen Meter. Und dann muss ich hier erstmal mit Oberkörper rein. Und dann hier rüber. So, und jetzt sitze ich drin. Also die Frisur geht eigentlich immer kaputt. Doch. Meine nicht so. Aber es ist die Frisur von deiner Frau auf jeden Fall. Und die High Heels könnten hier eventuell was beschädigen. Das ist richtig. Und jetzt ist die Frage, würdest du deine Frau verbieten, die High Heels dann anzuziehen oder danach erst anzuziehen? Oder nicht? Oder willst du dann kommen, egal, steig rein? Nee, ich würde wahrscheinlich schon sagen, bitte zieh sie aus. Genial. Hier haben wir diesen Knopf, diesen berühmten Knopf hier, zum zumachen. Und da drückst du rauf und dann guck. Zack. Das ist genial. Das ist Technik pur. Aber, wiederum, muss immer garantiert sein, dass deine Batterie vollgeladen ist. Richtig. Weil sonst hast du ein Problem. Also er muss eigentlich immer ans Ladegerät. Er muss immer ans Ladegerät. Genau. Weißt du was, bevor wir so viel sprechen, Motor schauen wir uns gleich an. Wir fahren eine Runde, damit wir uns schön den Motor anschauen können, was kocht. Ja, ist richtig. Ghost sage ich euch zum Schluss. Aber was ist von den 124er, von den Mercedes-Benz 124er, E-Klasse aus den 80er, 90er bei den Königseck übernommen worden? Für mehrere Millionen Euro. Und zwar meine Scheibenwischanlage. Das hier. Das ist aus den 124er Mercedes. Ja, 100%. Genau. Das ist aus den 124er und da hat aber trotzdem, wenn jetzt jeder denkt, aha, der hat das nur abgebaut und da rangebaut, das ist Quatsch. Ich vermute nicht. Das hat mehrere Millionen Euro Forschung gekostet, dass das auch klappt, dass das funktioniert. Dass das alles perfekt ist. Und zwei Scheibenwischer wäre fast unmöglich. Ja, das ist bei der Scheibenform. Bei der Scheibe. Und deswegen... Der hüpft doch auch immer so hoch dann, oder? Genau, genau, genau. So, dann würde ich sagen, 1500 PS, es ist Zeit, wir fahren. Guck dir das mal an. Die Farbe außen, wie war die Farbe nochmal? Horizon Blue. Horizon Blue. Und innen, ich weiß nicht, wie es bei euch rüberkommt, es sieht sehr hell aus, aber es hat auch einen Blautouch und wenn du dich jetzt reinsetzt, zack, alter, hast du aber einen Schlüssel? Steckt. Beziehungsweise hängt. Hängt hier. So, da hast du, das ist mein Schlüssel, das ist immer bei Königshecke ja immer so ein Knüppel. Richtig. Aus Selbstschluss. Und dann habe ich hier aber was richtig Geiles. Selbst beim Bentley ist es schon ziemlich groß und ich weiß nie immer wohin damit. Dann hast du es hier im Getränkehalter oder sonstiges, aber hier hat Königshecke auch mitgedacht. Der hat mir so eine Art Magnet. Dann machst du es hier rein und dann ist gut. Oh, da guckst du, wa? Ja, warte. Das ist echt geil. Auch hier, es ist alles massiv, aber ich will jetzt nicht, wir müssen fahren. Komm, wir müssen einfach fahren. Wir haben noch 714 Pferde, wir haben fast eine Ferrari-Piste da hinten als der letzte Motor. Ist das schon die Lüftung? Ja. So, wir bewegen jetzt hier ca. 3 Millionen Euro, 3,1 um genauer zu sagen. Soll ich den Lift hochfahren oder geht das? So geht das. Ja? Ein bisschen schräg dann. Genau. Das wird eine knappe Nummer. Alter. Alles gut. Ja, du bist doch so relaxed. Das Auto hat ja auch kein Getriebe, kein Schaltgetriebe oder kein Automatikgetriebe. Das Auto hat Drehmomente, ist quasi ganglos. Genau, selber entwickelt von Königsegg für das Auto. Und das ist schon krass, das ist Wahnsinn, wie laut das Auto ist. Absolut, absolut. Das ist Emotion. Alter! Das ist ja gar... Das ist ideal. Ja, das ist einfach genial, oder? Absolut. 1500 PS, 1500 PS, jetzt circa 1500 PS, das ist richtig. 517, 19 PS. Von 0 auf 400 fährt das Auto in... 22,87. 22,87 Sekunden. Hier interessiert es dich, wie viel das Auto von 0 auf 100 fährt. Das ist weit unter 30 Sekunden, circa 2,8 Sekunden. Aber hier interessiert einen von 0 auf 400. Und dann hat dieses Auto ein Rekord aufgestellt. Und zwar 0 auf 400 und dann wieder auf 0 in circa 31 Sekunden. Richtig? Die Verarbeitung drin. Was sagst du dazu? Also ich finde sie mega. Ja? Wirklich, also das schafft Königsegg immer wieder aufs Neue, finde ich, die Qualität hochzuhalten. Natürlich, es sind nur 80 Stück, die produziert werden, aber trotzdem auf einem Niveau, wo man wirklich nichts beanstalten kann. Also wir hatten noch nie ein Auto, wo wir wirklich gesagt haben, das geht gar nicht. Wie bei den Massenherstellern quasi. Und Königsegg schafft das immer wieder. Und das ist beeindruckend. Also ich bin selten spartlos, aber hier bin ich spartlos. Vor allem, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Innenausstattung, finde ich das geil, dass alles hier pur ist, Edelstahl pur. Es ist nichts außer Plastik. Selbst meine Lüftungseinbesser hier sind und Edelstahl. Ja, absolut. Dann hat es auch die Industrie-Lucker auch noch gehalten. Weißt du? Das ist das Geil. Auch hier wieder Gewichtsersparnis an den Türgriff. Genau, Carbon-Türgriffe. Es ist edel, es bleibt edel, aber trotzdem habe ich so eine Industrie-Light. Absolut. Ich hoffe, dass Sie uns hören können. Es geht nicht so sehr hier drin, das ist unglaublich. Aber es ist doch wunderschön. Wir haben gerade, wir haben 25 Grad Außentemperatur. Wir fahren hier einen Königseggregierer. Eine schönere Strecke geht es ja an. Ich benutze hier mit Magas. Alter. Boah, das ist ein Horn. Alter, das ist schön. Das Auto macht so einen Spaß. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass das Auto so Spaß macht. Ja, das ist absolut. Wo ist der Regierer eigentlich? Ich finde, er sieht auch relativ wuchtig aus, wenn man ihn von außen anschaut. Aber wenn man ihn dann fährt, dann ist er wirklich agil. Das war auch die Lenkung. Ca. 1500 PS sind beeindruckend. Ja gut, jetzt sagt jeder, natürlich, bei über 3 Millionen Euro erwarte ich das auch. Aber es gibt weit über 3 Millionen Euro Autos, die das nicht erfüllen. Exakt. Welche Funktion hast du bei Parmo Gas? Also im Endeffekt bin ich einer der drei Gründer von Parmo. Ende 2017 haben wir die GmbH gegründet und sind mal losgewatschelt. Durch Martin und Kevin hatten wir halt das Netzwerk. Das war immer der Wunsch von der Selbstständigkeit. Dann haben wir gesagt, Ende 2017 jetzt oder nie. Erst in einer ganz kleinen Halle, wo wir fünf Autos untergebracht haben. Zum Ende hin acht, aber da konnte man dann auch nicht mehr zwischen den Autos rumlaufen. Okay. Das ist wirklich sehr tight. Und dann kam das Step by Step, dass wir die Möglichkeit hatten, mit dem Neubau uns zu vergrößern. Okay. Teamaufbau, da sind wir jetzt dran. Warte mal, Achtung. Boah, Alter, ist das eng. Warte mal. Warte, 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 der schafft er. Boah. Ja, Fafo war er jetzt. Alter. Krass, wie eng das war. Ja, das ist hier im Dorf tatsächlich. Alter. Aber eigentlich fährt man mit so einem Auto auch nicht unbedingt durchs Dorf, wo 30er-Zone ist. Nein, aus Landstraße. Aber ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier langfahren. Ja, also, mit dem Schalten, mit dem, es ist ja nicht anders möglich gewesen, mit den Elektromotoren noch, weil der ist ja angeflanscht an die Hinterachse. Ja, exakt. Ich bin auf, zack. Ich bin jetzt neutral. Geht der automatisch in Hand? Handklemse. Ja. Hat er? Okay, alles klar. Boah. Nicht, dass das Ding hier noch im Wasser fällt. Alter Schwede. Dieses Auto zu fahren, das ist echt Champions League. Es ist echt Champions League. Und dieses Drehmoment-Wandler, da musst du dich echt dran gewöhnen. Da musst du dich dran gewöhnen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich hier aussteige und sage, genial, das ist es. Ich mache mal jetzt die Tür zu. Machst du auch mal bitte die Tür zu? Weil jetzt kommen wir zum Thema Ghost. Was bedeutet Ghost? Was meinen wir mit Ghost? Da muss ich einmal einen Schlüssel rausholen. Hier ist ein Ghost-Knopf. Da ist auch ein Geist drauf. Und da müssen wir jetzt zweimal raufdrücken. Aha, jetzt geht's los. So, zweimal raufgedrückt. So, jetzt fängt er an. Guckt euch das mal an. Alter. Was passiert jetzt? Das ist doch genial. So, Kofferraum vorne. Schön auf. Da hätten wir unser Verdeck reintun können. Haben wir aber nicht. Haben wir erst mal ein Büro reingelegt. So, und jetzt haben wir Ghost. Und jetzt können wir uns mal unser Motor anschauen. Das ist der sogenannte Ghost-Mode. Das ist der Ghost-Mode in dem Sinne. Und jetzt können wir uns den Motor anschauen. Soweit es geht, wieder in die Mitte gezogen. Es ist ein Heckmittelmotor in dem Sinne. Ein V8-Motor mit circa 800 PS Verbrenner. 5 Liter Hubraum. 5 Liter Hubraum. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Motor, der so gewaltig aussieht, circa 190 Kilo wiegt. Circa 190 Kilo nur wiegt. Das ist krass. Das ist Wahnsinn, wie leicht das für ein Motor ist. Und hier können wir auch die gewaltigen Räder sehen. Alter, das ist echt heftig. Und hinten musst du immer aufmachen, damit du hier tanken kannst. Und das ist für Kühlflüssigkeit. Selbst mein Kühlflüssigkeit-Deckel ist aus Edelstahl pur. Und tanken natürlich kein Tankdeckel, damit du so schnell wie möglich tanken kannst. Exakt. Also mindestens 98 Oktar. Das gehört sich einfach so. Und wenn wir hier uns das Ganze anschauen, das ist so typisch Königsegg. Präzision, Technik pur. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Am Anfang war ja Königsegg, ganz am Anfang, als sie rauskamen, war ja immer das Problem, alle Autos weltweit mussten zum Service wieder zurück nach Schweden. Exakt. Alle Autos. Ob der Araber das Auto gekauft hat, ob der Chinese das Auto gekauft hat oder ob der Amerikaner das Auto gekauft hat. Die Autos mussten alle für Service wieder zurück nach Schweden zum Service. Aber jetzt ist es so, dass sie bestimmte Partner haben in Deutschland. Und da können sie die Inspektion auch dort durchführen. Nicht bei allen, aber es gibt in Deutschland, meine ich, einen. Einen, genau, in Aachen. Genau, in Aachen gibt es einen. Da kann man hinfahren und da kann man das machen lassen. Da muss man nicht immer diese teure Transportkosten nach Schweden haben. So, ich mache mal wieder alles zu. Guckt euch das mal. So, und jetzt gehen erstmal die Türen zu. Alter, zweimal auf den Knopf drücken und das Auto fängt an, sich zu verstellen. Wie ein Transformer. Und wie filigran, wie leise, wie langsam, weißt du? Das ist echt genial, oder? Guck dir das mal an. Zack. Klack, klack. Und jetzt? Tschüss. Und rein. Geil. Zaubern kann ich auch schon, Alter. Richtig. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Also, mein Fazit ist, 3,1 Millionen Euro für den Königshelg Regierer kann man ausgeben. 80 Stück weltweit. Eigentlich eine sichere Bank. Okay. Mit der starken Limitierung. Absolut. Aber wenn einer richtig sportlich fahren möchte, richtig auf Zack fahren möchte und auch mal mit der Schaltung spielen möchte und so weiter, dann ist er hier falsch. Das ist richtig. Absolut, 400 fahren möchte, dann ist er hier genau richtig, oder? Ja, ist so. Krass. Wie gesagt, technisch ein Meisterwerk. Ja. Aber natürlich, es ist zum geradeaus fahren, es ist brachiale Kraft. Absolut. Aber es ist natürlich kein agiles Monster für einen Track oder sowas. Also, Zone 30 war schwierig. Ja. War schwierig. Genau, 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 genau. Alles klar. Danke, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ein Königseck hatten wir noch nie auf unserer Seite. Jetzt der Regierer. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao.